Einer meiner Lieblingsbanker nennt das immer die Acht Kostbarkeiten, ähnlich wie beim Chinamann. Das sind acht Fragen, die du gestellt bekommst, wenn du eine Finanzierung machen willst. Er und ich sind uns einig, dass das eigentlich nur eine Vertriebshilfe ist für die entsprechende Bank, Sparkasse oder Bausparkasse, um dir noch einen Riester-Sparvertrag, Vermögenswirksambeleistungen und Ähnliches umzuhängen. Da steht dann drin, nutzen Sie schon staatliche Förderung. Dann sagt er, nee, ja wollen Sie die nutzen. Klar, staatliche Förderung ist gut. Und schon hat man Riester-Bausparen oder so unschöne Sachen. Das nur so als Info, das ist eine Verkaufshilfe für die Bank. Das ist eine Verkaufschilfe für die Bank.